Schau mal nach, ob offen ist. Verzeihung? Guten Tag. Verzeihung? Verzeihung! Was? Was geht hier vor? Guten Tag, wir sind auf der Suche nach Anton Bendorf. Und wer seid ihr? Was wollt ihr von ihm? Wir wollten ihm die Uhr hier zeigen. Sie muss repariert werden. Mit Ohren hab ich nichts mehr am Hut. Geht wieder. Lass mich in Ruhe. Also, sind sie Anton Bendorf oder nicht? Wollt ihr wohl endlich verschwinden? Raus hier! Geht. Anton Bendorf, das war einmal. Peter, halt! Warte! Jetzt warte doch, Peter. Bitte! Was suchst du noch hier? Wirklich schade. Das war eine schöne Kuckucksuhr. Es tut mir leid, ich hab die Fassung verloren. Mein Name ist Heidi. Anton Bendorf. Befallen dir die Kuckucksuhren? Da, wo ich lebe, in den Bergen, gibt's ganz viele. Dort gibt's auch echte Kuckuck in den Tannen. Manchmal antworten sie, wenn ich rufe, Kuckuck, Kuckuck. Du lebst in den Bergen? Ja, in einem kleinen Dorf im Sandgaller Oberland, bei Bad Ragaz. Ah, die Ostschweiz. Als ich jung war, hab ich dort Uhren verkauft. Ich weiß. Bitte? Äh, ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Als Uhrmacher kommt man wahrscheinlich viel herum. Ja, durchaus. Ich war oft auf Reisen. Hier. Dankeschön. Wieso verkaufen Sie Ihr Geschäft? Nun, als meine Frau krank wurde, habe ich meine Arbeit vernachlässigt, um mich um sie zu kümmern. Und dann, als sie starb, da schloss ich das Geschäft, weil die Kunden fehlten. Noch zu retten, wenn du mich fragst.